Noch ein wahrscheinlich letzter Neuzugang für die Borussia aus Mönchengladbach, denn Jordan kommt per Laie plus Kaufoption von Union Berlin, wo er letzte Saison als Neuzugang zunächst überzeugen konnte mit insgesamt 5 Toren und 3 Vorlagen, welche er aber schon nach seinen ersten Elfspielen alle gesammelt hatte. Danach ließ zunächst seine Leistung nach und als Konsequenz dessen dann auch seine Spielzeit und ihm wurde mit der Zeit der Rang von Kevin Behrens abgelaufen als Zielspieler im Doppelsturm von Union neben Geraldo Becker. Auch in dieser Saison hat sich diese Entwicklung fortgesetzt und es wurde zudem weiter aufgerüstet auf seiner Position mit Kaufmann, Volland, Fofana und auch Hollerbach und ich persönlich finde es unverständlich, dass man aus Unionssicht ihn abgibt, da er neben Behrens der einzige richtige Zielspieler ist, neben Volland in Klammern und dieser Spielertyp für deren Spielstil ja eigentlich essentiell ist. Man stelle sich mal vor, ein Behrens verletzt sich, dann steht man da recht schwach da, aber vielleicht möchte man sich ja wirklich noch weiter spielerisch entwickeln und weniger auf Flanken und lange Bälle setzen, auch wenn ich das ein bisschen bezweifle. Also ja, man hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, aber ich glaube dieser Spielertyp ist trotzdem enorm wichtig für das Unionsspiel. Dennoch soll der Hauptpunkt des Videos sein, inwiefern Jordan bei Gladbach dann ins System passt und ihnen helfen kann. Denn auch wenn seine letzte Saison gerade zum Ende hin nicht mehr wirklich überzeugend war, so hat er dennoch klare Qualitäten, die auch bei Gladbach zur Geltung kommen können. Ein Grund dafür wäre schon mal, dass er mit Gladbach-Trainer Gerardo Seohane schon in Bern sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Sie wurden zusammen Schweizer Meister und Jordan erzielte unter anderem 15 Tore in 43 Spielen unter Seohane. Zudem bringt er rein vom Alter und von seinen bisherigen Stationen ordentlich Erfahrung ins Sturmzentrum, was man somit den Alternativen Schwanjara und Rannos nicht hat. Zu Rannos habe ich übrigens auch mal eine Analyse gemacht, also eine Transferanalyse, als er zu Gladbach gewechselt ist. Schaut er auch gerne mal vorbei, müsste jetzt oben verlinkt sein. Auch spielerisch bringt er nochmal eine neue Facette rein. Mit 1,90 Meter ist er quasi identisch groß wie Schwanjara, ist dem Tschechen aber vor allem physisch nochmal deutlich überlegen mit einem Gewicht von 89 Kilo und somit knapp 10 Kilo mehr wie Schwanjara. Das macht sich auch in seiner Spielweise bemerkbar, denn so ist er weniger dynamisch, also er ist wirklich sehr langsam und auch behäbig, bringt dafür aber seinen Körper perfekt ein. Sei es bei Kopfballduellen nach langen Bällen oder im Kurzpassspiel offensiv, um Bälle festzumachen und weiterzuleiten. Er gehört zu den besten Spielern Europas, was gewonnene Kopfballduelle im letzten Jahr angeht und arbeitete grundsätzlich gut gegen den Ball, egal bei welchem Team er gespielt hat. Das sind also Stägen, die er dir grundsätzlich gibt. Zusätzlich kann er ein guter Vollstrecker wie auch Vorbereiter sein, je nachdem wie er eingebunden wird. Bei Bern war er das beispielsweise unter Seohane, bei Union nur teilweise, vor allem zum Beginn der Saison, dann war es nicht mehr ganz so gut. Also er kann dir auf jeden Fall einen guten Offensiv-Output in Form von Score-Rund bieten, aber er garantiert es dir nicht. Also man kann sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass er wirklich zuverlässig trifft, aber diese anderen Attribute wie die Kopfballstärke und die Arbeit gegen den Ball, die garantiert er dir halt, egal wie gut er in Form ist. Gerardo Seohane weiß, wie er ihn einzusetzen hat, wenn gleich klar sein sollte, dass Chwanchara zunächst im Sturmzentrum gesetzt sein sollte und man auch nur in einem System mit einem Stürmer spielen wird. Da ist Chwanchara einfach aktuell vorne dran, da er gerade mit seinen tiefen Läufen nochmal ein anderes Element zu bieten hat, was dem Kladbach-Spiel auch zugute kommt. Aber ein Jordan bringt ihnen zusätzliche Erfahrung und Breite im Sturmzentrum, kann sowohl bei Rückstand gebracht werden und man kann dann auch mal auf einen Doppelsturm aus ihm und Chwanchara umstellen als Brechstange, als auch bei Führung, um Bälle festzumachen und diese dann in die Tiefe durchzustecken für die schnellen Flügelspieler, denn das ist tatsächlich eine Qualität, die er erst bei Union so ein bisschen entwickelt hat im Zusammenspiel mit Becker und so beispielsweise mit einem N'Gumu fortführen könnte. Insgesamt ist es, wie ich finde, ein guter, kluger und vor allem risikofreier Transfer. Wenn er funktioniert, kann man die Kaufoption ziehen, die liegt wahrscheinlich so bei 5 Millionen, also auch günstiger wie ihn Union letztes Jahr geholt hat, aber da muss man halt einfach schauen und falls er eben nicht funktioniert, dann lässt man ihn halt wieder ziehen. Hat er eine Leihgebühr bezahlt, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht allzu hoch und ja, wenn er Leistung bringt, dann muss man mal schauen. Ich denke, das Risiko ist gering und sehe es als guten Transfer an und wünsche euch Gladbaran viel Spaß mit ihm. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, schreibt auch gerne mal eure Meinung zum Transfer in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.